ARD Text im Auftrag von Funk 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 Bruder, ich hab keinen Bock mehr auf diese Waschanlage, man. Jeden Tag das Gleiche, Bruder. Ich hab auch selber keinen Bock. Jeden Tag esse ich Croissant. Ich auch, Mann. Guck dir mal, Bruder, Croissant. Wenn ich in die Toilette gehe, ist gerade Croissant raus. Ja, Bruder, wenn ich strafe gehe, träume ich von Croissant. Ich nenne bald meinen Sohn sogar Croissant, Bruder, ja? Ja, immer Croissant, Croissant, Croissant. Ich will auch, wie ich kann. Bruder, weißt du was? Ich hab ne Idee, Mann. Welche Idee hast du jetzt? Guck mal, lass mal Jobcenter überfallen. Glaub mir. Bist du bei Croissant? Da ist doch kein Geld. Wie, das ist kein Geld, Bruder. Die haben mich doch früher immer bezahlt. Immer, wenn ich Konto ausdruck sehe, da steht Jobcenter. Aha! Das wegen machen für viele immer Kinder. Immer Kinder gemacht, Bruder. Die haben viel Geld. Lass sie überfallen. Ich bin auch dabei, natürlich. Ich will auch was anderes essen. Bist du dabei, Bruder? Natürlich bin ich dabei, Bruder. Steak, Steak, Steak danach, Jobcenter Steak. Diese richtige, okay? Sie auf Chilaui, Chilaui. Bist du dabei? Natürlich bin ich dabei, Bruder. Bist du dabei? Bruder. Ist das nicht der von vorhin, Mann? Mhm. Sieht so aus. Ja, ja. Ja, 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 ja. Das ist nicht Joachim, der Präsident? Das Maul, Mann. Der sieht gefährlich aus. Na, Jungs. Man sieht es euch an. Ihr habt gar keine Lust hier zu arbeiten. Doch, ich liebe meinen Job. Ich bin sehr gut. Ey, was machst du denn, Mann? Halt das Maul, Alter. Hast du Peanut oder so? Ja, ja. Wir brauchen einen Job. Warum, warum? Ich habe einen Job für euch. Als Gangster. Aber dafür müsst ihr richtig hart sein. Schafft ihr das? Ja, natürlich. Ich bin als Gangster geboren. Ich kam von Geburt raus. Mann, Mann. Ey, ich bin auch hart. Weißt du, wie hart ich bin? Ich zeig dir das. Guck mal, Frank, guck mich an. Hast du gesehen, wie hart ich bin? Guck mal her, Franky. So ist das. Siehst du nicht? Ey, Jungs. Okay, okay. Entspannt euch. Morgen, 19 Uhr. Ich will euch sehen. Hier ist meine Visitenkarte. Und zieht euch vernünftig ran. Habt ihr verstanden? Nochmal, klar, klar. Oh, Bruder. Wir werden Gangster, Mann. Wir werden Gangster, Mann. Gangster, Spiel. Boss. Ey, der Typ, der Typ. Ich bin einen Drogenboss, ne? Ich seh das ja. Weißt du was? Wir rauchen seine ganzen Drogen weg. Ich rauch auch mit. Wir rauchen den Schicken. Ey. Was redest du da, Mann? Wir nehmen doch keine Drogen, Mann, Sabina. Du hast doch gesagt, wir rauchen Drogen. Nein. Du hast gesagt, wir rauchen Drogen. Wir nehmen keine Drogen. Nein, du hast es gesagt. Wir nehmen keine Drogen. Du hast es gesagt. Was redest du da, Mann? Nein. 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 iesz. Wer sind denn diese zwei Zirkusartisten? Was habt ihr unter vernünftig anziehen nicht verstanden? Hä? Wir sind doch vernünftig anziehen. Ich verstehe sein Problem nicht. Wir sind Highlights. Siehst du nicht? Sexy Maxi. Ihr seht aus wie zwei vernünftige verdammte Clowns. Dankeschön, danke. Wir sind Clowns, wir sind Clowns. Wir werden gleich jetzt klauen. Nein, nicht Clown, Mann. Warum nicht? Nein, der meint lustige Figuren, diese lustige Figuren. Wollt ihr mich eigentlich verarschen oder was? Hä, was ist los? Was ist schon noch? Chill mal jetzt ein bisschen. Ihr sollt aber nicht lustig sein, ihr sollt hart sein. Ihr seid Gangster. Was redest du da Boss? Normal sind wir Gangster, wir sind Gangster. Ich beweist dir das, ich beweist dir das. Franky, guck mal her. Guck mal her, guck mal her, Franky, guck mal her. Du siehst nicht, mein Kopf ist aus dem Metallschiff. Siehst du nicht? Wir sind krass, Mann, wir sind krass. Glaubst du mir nicht? Na, guck mal her, Franky. Guck mal her, guck mal her. Hast du gesehen? Siehst du nicht, mein Kopf ist aus dem Panzer. Der ist Panzer, Panzer. Hier passiert gar nichts, wir sind Gangster. Mach doch kein Spielchen. Wir sind Gangster. Hä? Jetzt ist Schluss. Ich gebe euch jetzt die Adresse. Der Typ hat mein Geld. Ihr geht dorthin und lohnt mein Geld zurück. Ja, 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 okay, okay, machen wir Boss, machen wir. Wir schaffen das schon. Schaffen wir das. Okay, gut. Okay, gut. Was ist los? Worauf wartet ihr? Wo sind die Waffen? Ich habe hier nur Anzieherschuhe. Ja, ist doch, wo sind die Kalaschen? Kalaschen, der? Nee, noch nicht, jetzt noch keine Waffen. Ja, gib uns zumindest Bambus. Was laberst du da, was für Bambus, du Bambus? Bruce Lee hat auch so Bambus. Ja, Mann, aber du bist nicht Bruce Lee, Mann. Natürlich, ja. Mann, du bist nicht Bruce Lee, Mann. Chill mal, ey. Ey, 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 Schluss jetzt. Verschwindet hier und macht euch sofort an die Arbeit. Okay, okay. Chill, chill, chill. Wir machen das schon. Schau die kaputt alle. Komm, komm, Frankie. Tschüss. Koch. Bir, gibt es hart. Wie geht's? Komm, komm,cu. Kommr, komm, komm, Judas. Komm, komm, du bist pl Wheat, probably M Champion. Wim, du bist dataset im Hotel Brieb moltes. Herb wird bestimmt aus, meine Tag revise ist ja so schnell. Wäh Amelia, wirst die Betriebe bin. D goddess nur geit Và countrymmung, Ich gehe doch noch aus. Ich ho forces mit den davon Meistern. Komm! Bereit? Ich bin bereit natürlich! Hey! Bist du Baby-Jew? Was für Baby-Jew? Ich bin Baba-Jew! Ist mir scheißegal für uns, bist du Baby-Jew! Wir wollen das Geld von unserem Boss! Genau so! 60k! 1, 6, 0! Nein, nein! 70, 80 Tausend! Was? Das Geld? Gebt mal beide in den Zirkus! Da kriegt ihr das Geld! Was? Gib dir das! Warte, warte, Franky! Lass mich das machen! Schimm mal jetzt! Warte, warte, ich mach das, Franky! Schimm mal jetzt! Elthosa! Komm rein! Willst du mir schlagen, Alter? Gib ihn! Gib ihn! Jonas! Jonas! Lass mich immer, Franky! Lass mich! Guck mal! Schimm mal ein bisschen! Franky! Was ist das? Ich weiß nicht! Okay, okay! Du machst es ernst! Ja, Mann! Okay, Franky! Zeig ihm, was du kaltest! Warum ich? Mach du doch! Franky! Vertrau mir! Ich würde dich niemals im Stich lassen, wenn er nicht schlägt! Mach doch! Ich hab doch nicht meinen Bambus dabei! Ich kann nichts machen! Mach du doch zuerst! Okay, okay! Gib ihn! Okay, okay! Du hast keinen Respekt vor mir! Du denkst, ich hab nichts drauf! Pass auf! Ich zeig dir, was ich kann! Franky, komm mal her! Hast du gesehen, Alter? Komm mal her, Franky! Warum stehst du mich? Ja, Mann! Voll die Tür! Damit der Respekt vor mir kriegt, Mann! Damit du denkst, ich hab's drauf! Ja, Mann! Gib, gib, gib mir! Ah! Ja, Mann! Ich bin gut, siehst du! Hast du gesehen, Mann? Wir sind krass! Pass auf, ich mach den jetzt fertig! Gib mal weg! Mach den fertig jetzt! Ah! 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 Franky! Ah! Franky! 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 Was machst du hier, Mann? Ja, Bruder! Gib mir! Ich esse ein Blatt Banane! Willst du mich verarschen, Mann? Das ist ernst, Mann! Wir sind kämpfen! Gib mal die scheiß Banane her! Ja, Bruder! Wir machen das beide! Okay! Komm her! Komm her, Junge! Komm her! Komm her! Komm her, Mann! Komm her, Mann! Schick, Mann! Der ist K.O. Kai! Der hat wegen meiner Banane! Hä? Hä? Was Banane, Mann? Wir haben den kaputt geschlagen, hast du mal? Ah, ja, stimmt! Ich hab den K.O. gegeben! Ne? Du hast ihn auch geholfen! Ich hab den K.O. gegeben! Hast du gesehen, was wir mit deinem Bazooka gemacht haben? Mhm! Gib uns das Geld, schnell! Okay, komm! Hol das Geld jetzt! Ja, Mann, ganz genau! Hol das Geld, schnell! Schnell! Aber sag ich! Keiner legt mit uns an! Wir sind Gangster! Gangster-Shit! Gib das her, Mann! Legt euch nicht mit uns an, Mann! Black Panther und Black Panther in der Hole! Ich hoffe, du hast jetzt Respekt! Na? Na? Alright! Oh, Frankie! Boah, Frankie, Bruder! Ich hab keinen Bock mehr! Ich hab richtig Hunger, Mann! Ich hab auch keinen Bock mehr! Mein Bauch trommelt die ganze Zeit! Meiner auch, Mann. Sollen wir Döner essen? Ja, auf jeden Fall. Döner essen, ja, okay, Bruder, lass mal Döner essen. Ey, Jonas, guck mal, da hinten ist eine schwarze Tasche. Warte mal, was ist das für eine Tasche, Bruder? Wie kommt die da hin? Ich weiß nicht. Warte, warte mal, Bruder, warte mal. Guck mal, was da drin ist, Bruder, guck mal, was da drin ist. Shit! Bruder, was ist das? Bruder, Geld, ja? Geld? Bruder, wir brauchen ein neues Auto. Was ist diese Scheiße? Bruder, wir essen Steak erst mal. Nein! Dieser Steak, Mann! Der Steak, der Steak! Auf den Nacken! Bruder, was ist das nicht? Bruder, die Tasche ist voll mit Geld! Bruder, ich fahr los, ich fahr los! Und, wie ist es gelaufen? Alles super gelaufen, Boss. Ja, ja, ich merk schon, ihr habt sogar sein Auto geklaut. Hä? Ne, 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 Boss, das Auto haben wir nicht geklaut. Wir haben gekauft, wir haben gekauft, wir haben gekauft. Alle, Money, Money, Money! Wie ihr habt das Auto gekauft? Von welchem Geld? Ja, Boss, wir haben das Geld im Auto gefunden. Ja, ja, bei uns im Auto. Sehr gut, Balashi! Okay, und habt ihr mein Geld von ihm geholt? Ja, ja, normal haben wir das Geld, normal haben wir geholt. Glaub uns, Chef, wir sind bald, wir sind gut. Ja, okay, und wo ist das? Hä? Ja, hinten im Auto ist das. Franky! Hä? Wo ist das Geld vom Boss? Welcher Boss? Dieser Boss, wie welcher Boss? Hä, warum ist der nicht der Boss? Hä? Franky, sag mir nicht, das Geld gestern im Auto war von dem. Hä, warum ist das dein Geld? Wir haben das doch gestern geholt. Du Spasti, wir sollten das aber für ihn holen. Ihr dämlichen Vollversager, sagt mir nicht, ihr habt dieses Auto mit meinem Geld gekauft. Hä, chill mal Boss, das ist so nur Geld, man. Geld kommt und geht. Ihr kleines verdammten Rappel. Bist du der Boss? Bist du der Boss? Ich will auch scheißen, dann kommt das so raus. Was ist das? Ich will andere Leben. Was ist das denn? Wir sind in Dürfe 새벽. Wie ist das denn? Das ist das? Aber wie ist das denn? Und dann malأي, du hast Angst in der Sendung alles bekommen. W-A-N-G-M-A-N-G-M-A-N-G-M-A-N-G-M-A-N-G-M-A-N-G-M-A-N-G-M-A-N-G-M-M-W-A-N-G-M-A-N-G-M-A-N-G-M-A-N-G-M-A-N-G-M-A-N-G-M-A-N-G-M-A-N-G-M-M-A-N-G-M-A-N-G-M-A-N-G. Ja normal Boss, normal sind wir Gangster. Glaubst du mir nicht? Glaubst du mir nicht? Warte mal warte ich zeig dir. Guck mal her Frank. Guck mal her. Hast du mich gesehen? Ich mein Kopf ist aus Metall. Ja ok aber wo sind die Waffen? Ich hab nur... Wo sind die Kalaschi? Wo sind die Kalaschi? Kalaschi! Ja ok aber wo sind die Waffen? Ich hab hier nur Anzieherschuhe. Ist so, wo sind die Kalaschi? Kalaschi! Ist so, wir wollen sie... Das ist hier ein wischiger Medusa ist das hier ne? Der frisst uns auf. Wenn du leben willst dann lass mal raus gehen. Yo was geht ab meine Freunde? Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Diesmal wieder mit Franklin. Haha! Auf jeden Fall wir sind K.O. Freunde, es war ein sehr sehr anstrengender Videodreh. Ich hoffe wie gesagt wir geben uns immer Mühe für euch. Ihr wisst Bescheid Freunde. Ganz wichtig folgt mir mal auf Instagram. Ihr wisst Bescheid. Dort werde ich demnächst paar Gewinnspieler an meinem Fest starten. Ihr wisst Bescheid. Checkt mal Frankys YouTube Kanal hier unten in der Videobeschreibung. Ihr wisst Bescheid. Auf checken.